Servus Allerza, heute melde ich mich ausnahmsweise nicht aus den heimischen Wäldern bei euch, sondern aus dem Büro an der Uni Bayreuth. Und das, weil ich euch ganz kurz erklären möchte, was es mit dem oberfränkischen Wort des Jahres auf sich hat. Und das lautet heuer Waffen. Tatsächlich führt das Wörtchen Waffen zurück in die Geschichte unserer Heimat. Denn bis vor einigen Jahrzehnten gab es bei uns noch sehr viel Handweberei, die sich großteils schon im 14. und 15. Jahrhundert entwickelt hatte. Die Handweberei hat dabei so funktioniert, dass es eine arbeitsteilige Produktion war. Das heißt, ganz oft hat der Mann am Webstuhl gekocht und die Frauen beispielsweise oder die Kinder haben ihm zugearbeitet, indem sie die Fäden versponnen oder eben aufgespult haben, aufgewickelt auf die entsprechenden Webspulen. Und dort dabei kam die sogenannte Weife zum Einsatz, die wir eben in Oberfranken entsprechend als Waffen tituliert haben. Die Weife war ein hölzernes Rädchen mit einzelnen Häumen, auf das man den Faden aufwickeln konnte. Und das tat man deswegen, weil man da damit ganz wunderbar abmessen konnte. Das war wichtig, weil ein zu kurzer Faden viel zu viele Knoten nach sich gezogen hätte, indem er die Fäden immer wieder zusammenbinden müssen. Und ein zu langer Faden, der hätte zu Problemen führen können beim Abwickeln. Wenn also der Weber den Faden mit seinem Schiffler durch das Webfahrt durchgeschossen hat und der Foden war zu lang, kann sich der teilweise nicht richtig abwickeln und am Ende im schlimmsten Falle reißen, was man natürlich verhindern wollte. Deswegen war das Abmessen des Fadens ganz besonders wichtig. Und da kam jetzt unsere Weife zum Einsatz. Man hat einen Faden an einem der Holme festgebunden und anschließend gedreht. Mit jeder Umdrehung der Weife sind auch zwei hölzene Zahnrädchen weitergedreht worden, die am Ende ein kleines Blättchen gespannt haben. Und wenn jetzt die vorher eingestellte Fadenlänge, das heißt also die vorher eingestellte Anzahl an Umdrehungen vollständig gewesen ist, dann hat dieses Blättchen ein Schnappgeräusch vor sich gegeben und man hat gewusst, jetzt habe ich genau die 2,83 Meter auf der Waffe drauf, die ich brauche, um sie anschließend auf die Spule aufwickeln zu können. Jetzt hat sich relativ schnell eingebürgert, dass die Leute natürlich nicht mehr eine Lade haben wollen, um dort zu weifen, sondern dass man sich zum Weifen getroffen hat. Denn Fakt ist ja, das Gerät hat eigentlich die Arbeit übernommen. Man selber muss sich nicht mehr so darauf konzentrieren und kann sich deswegen während des Wafens ganz wunderbar austauschen. Das hat man beispielsweise in die Rocker- oder auch in die Hutzersturm gemacht. Insofern kommt Miteinander-Wafen tatsächlich daher, dass man sich getroffen hat, um zu weifen und sich ganz nebenbei über die neuesten aktuellen Informationen aus dem Dorfleben auszutauschen. Im Übrigen, wer vor lauter Reden und vor lauter Geschwätz das Schnappgeräusch der Weife überhört hat und das, wie ich noch einmal ganz von vorne anfangen musste, das war entsprechend die Schnapps-Wafen. Das hat also nichts mit Alkohol zu tun, sondern leitet sich ebenfalls von diesem wunderbaren Objekt ab, das heute leider nicht mehr allzu viele kennen, das aber noch immer eine wahnsinnig wichtige Rolle für uns Oberfranken spielt. Denn Wafen ist weitaus mehr als nur Reden. Wafen ist Geselligkeit, Wafen ist gesellschaftlicher Austausch und du damit ist Wafen eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer uberfränkischen Identität.